Marisa Burger, eine berühmte deutsche Schauspielerin, führt seit der Hochzeit der beiden im Jahr 2015 ein friedliches Familienleben mit ihrem Ehemann Werner Müller. Sie haben gemeinsam glückliche und traurige Tage erlebt und neun Jahre lang gemeinsam glücklich gelebt. Ihr Leben scheint ein Traum zu sein, den sich viele Menschen wünschen. Von einfachen Momenten im täglichen Leben bis hin zu wichtigen Meilensteinen im Leben sind Marisa und Werner immer ein Paar, das viele Menschen aufgrund ihrer starken Gefühle und ihrer Liebe zueinander bewundern. Allerdings ist das Leben nicht immer einfach und das Glück währt nicht immer ohne Herausforderungen. An einem unerwarteten Tag wurden sie mit einer eindringlichen Nachricht konfrontiert. Bei Werner Müller wurde eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung diagnostiziert. Für beide war das ein großer Schock. Für Marisa Burger waren es jedoch mehr als nur schlechte Nachrichten über den Gesundheitszustand ihres Mannes. Es bereitete ihr einen tiefen Schmerz und ein Gefühl der Hilflosigkeit angesichts des sich verschlechternden Zustands ihres Partners. Herzerkrankungen sind eine Krankheit, mit der viele Menschen im modernen Leben konfrontiert sind. Und sie kommt von niemandem. Wie Marisa mitteilte, kann eine Krankheit jedem jederzeit passieren und niemand kann sie vorhersagen. Aber ob wir es im Voraus wissen oder nicht, es ist immer noch äußerst schwierig, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Als Marisa von dieser Diagnose hörte, sank ihr Herz. Sie machte sich nicht nur Sorgen um die Gesundheit ihres Mannes, sondern hatte auch Angst vor dem, was die Zukunft bringen könnte. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen nicht nur eine Gefahr für Werners Leben dar, sondern stellen Marisa auch psychisch vor große Herausforderungen. Wie sie zugab, kann diese Krankheit viele Menschen töten und diejenigen, die noch leben, obwohl sie nicht krank sind, müssen den Schmerz ertragen, ihre Lieben vom Tod bedroht zu sehen. Für Marisa ist diese Angst nicht nur auf den Verlust ihres Mannes zurückzuführen, sondern auch auf das Gefühl, nichts tun zu können, um ihm zu helfen. Sie hatte das Gefühl, Zeuge einer Tragödie zu werden, die sie nicht aufhalten konnte. Ihr Leben ist seitdem schwerer geworden. Schlaflose Nächte und Weinen im Dunkeln sind zu einem vertrauten Teil von Marisas Leben geworden. Sie wacht oft mitten in der Nacht mit einem Herz voller Angst auf, einem Gefühl der Angst, das ihre Seele bedeckt. Jedes Mal, wenn sie Werner sah, musste sie daran denken, was passieren würde, wenn sich sein Zustand verschlimmerte. Dieser Schmerz ist nicht nur der Schmerz einer Frau, die sich Sorgen um ihren Mann macht, sondern auch der Schmerz einer Frau, die sich angesichts ihres Schicksals hilflos fühlt. Herzkreislauferkrankungen selbst haben für beide viele Herausforderungen mit sich gebracht. Regelmäßige Arztbesuche, ständige Gesundheitskontrollen und die Einhaltung einer strengen Ernährung und Lebensweise zur Gewährleistung der Gesundheit von Werner sind für sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihres Alltags geworden. Marisa muss lernen, sich daran zu gewöhnen, dass ihr Leben nicht mehr dasselbe sein wird. Momente der Freude und der Freiheit, das Leben zu genießen, müssen jetzt der Sorge, der Sorge und der Verantwortung für die Gesundheitsfürsorge weichen. Trotzdem versucht Marisa, den Optimismus aufrechtzuerhalten. Sie versteht, dass Depressionen oder zu große Sorgen nicht nur die Situation verschlimmern, sondern sich auch negativ auf die psychische Gesundheit beider Menschen auswirken können. Sie versucht, die besten Lösungen zu finden, um ihrem Mann bei der Bewältigung seiner Krankheit zu helfen und gleichzeitig zumindest geistig ein normales Leben zu führen. Dies ist jedoch nicht einfach. Der Druck, einen kranken Menschen zu pflegen und ihre Zukunftsängste führen dazu, dass Marisa sich mit ihren widersprüchlichen Gefühlen auseinandersetzt. Manchmal fühlt sich Marisa körperlich und geistig zu müde. Sie spürte eine Veränderung in ihrer Beziehung. Nicht, weil die Liebe zwischen ihnen verblasste, sondern weil die Krankheit die Art und Weise veränderte, wie sie dem Leben und einander gegenüberstanden. Werner, ein starker und selbstbewusster Ehemann, ist nun auf die Fürsorge seiner Frau angewiesen. Das macht ihn manchmal hilflos und traurig. Er wollte Marisa nicht zur Last fallen, konnte aber auch nicht leugnen, dass er in allem ihre Unterstützung brauchte. Marisa versucht mit all ihrer Liebe und Geduld immer, sich so gut wie möglich um Werner zu kümmern. Doch sie muss sich auch mit ihren eigenen Emotionen auseinandersetzen. Sie liebt ihren Mann, hat aber gleichzeitig Angst um ihre Zukunft. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt, immer stark und optimistisch zu sein, auch wenn sie manchmal einfach alles aufgeben und laut schreien möchte. In Zeiten wie diesen erinnert sich Marisa oft daran, dass Liebe und Ausdauer die wichtigsten Dinge sind, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Ihr Leben ist nicht mehr so einfach wie zuvor, aber Marisa glaubte immer noch, dass sie es schaffen werden. Sie hat gesehen, wie viele Menschen ihre Krankheit überstanden haben und glaubt, dass ihr Mann das Gleiche tun kann. Es ist wichtig, dass sie immer zusammen sind, sich gegenseitig unterstützen und nie den Glauben an die Zukunft verlieren. Während dieses Prozesses lernte Marisa viele wertvolle Lektionen über das Leben. Sie versteht, dass nichts für immer ist und sich alles jederzeit ändern kann. Es ist wichtig, das zu schätzen, was man hat, auch wenn es die kleinsten Momente sind. Sie erkannte auch, dass es bei Stärke nicht immer darum geht, keine Angst zu haben oder nicht zu weinen, sondern manchmal darum, den Schmerz zu wagen und nicht aufzugeben. Die kommenden Tage werden voller Herausforderungen sein, aber Marisa glaubt, dass sie und Werner mit Liebe und Entschlossenheit alle Schwierigkeiten überwinden können. Krankheit kann viele Dinge verändern, aber sie kann die Liebe, die sie zueinander empfinden, nicht ändern. Und für Marisa ist das das Wichtigste. Das Leben von Marisa und Werner wird nach und nach zu einer Reihe von Tagen voller neuer Herausforderungen. Nachdem sie Werners Herz-Kreislauf-Diagnose erhalten hatten, mussten sie sich an einen anderen Lebensrhythmus gewöhnen, der nach und nach auf Vorsicht basierte. Jeder Tag, der vergeht, ist eine Prüfung für die Geduld und Ausdauer beider, insbesondere von Marisa. Sie muss nicht nur eine Ehefrau, sondern auch eine Betreuerin werden, jemand, der immer bereit sein muss, sich unerwarteten Situationen in Bezug auf die Gesundheit ihres Mannes zu stellen. Obwohl es Zeiten gab, in denen Werner versuchte, seinen Schmerz und seine Angst zu verbergen, sah Marisa in seinen Augen immer deutlich die verborgenen Ängste. Werner möchte nicht zur Belastung werden, und das macht ihn manchmal verschlossener. Er hatte Angst, dass Marisa jedes Mal, wenn er sich beschwerte oder sich schwach fühlte, nur noch mehr leiden würde. Es ist diese Stille, die Marisa manchmal am meisten schmerzt. Sie möchte, dass Werner all seine Gefühle und Ängste mit ihr teilt. Aber sie versteht auch, dass Menschen manchmal privaten Raum brauchen, um sich selbst zu begegnen. Tatsächlich bedroht eine Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht nur Werners Leben, sondern stellt auch ihre Liebe auf die Probe. Es wirft bei beiden unausgesprochene Fragen zu Engagement, Geduld und Mut auf. Marisa musste lernen, sich daran zu gewöhnen, dass es Tage gibt, an denen Werner nicht genug Energie hat, um mit ihr spazieren zu gehen oder ruhige Momente wie zuvor zu genießen. Es gab Tage, an denen er sich nur hinlegen und ausruhen konnte, während sie neben ihm saß und still jeden seiner Atemzüge beobachtete, mit der Sorge, dass jederzeit das Schlimmste passieren könnte. Doch während dieser Herausforderung schien ihre Liebe mehr denn je gestärkt zu werden. Marisa erkannte, dass es bei der Liebe nicht nur um süße und romantische Momente geht, sondern dass es bei der Liebe manchmal auch um Ausdauer, Opferbereitschaft und endlose Geduld geht. Sie liebt Werner nicht nur wegen der guten Dinge, die sie geteilt haben, sondern auch wegen dieser schwierigen Momente. Sie weiß, dass Werner immer noch der Mann ist, den sie liebt, auch wenn er körperlich schwach ist. Seine Liebe zu ihr ist immer noch so stark und aufrichtig wie eh und je. Für Marisa blieben weiterhin lange, schlaflose Nächte. Sie wachte oft mitten in der Nacht auf, nicht wegen Lärm oder Unruhe im Haus, sondern weil sie sich ständig Sorgen um Werners Gesundheit machte. Sie fragte sich, was passieren würde, wenn die Krankheit ihres Mannes schlimmer würde. Was wäre, wenn sie sich eines Tages der Realität stellen müsste, dass sie ihren Partner verlieren wird, die Person, mit der sie fast ein Jahrzehnt lang alle Freuden und Sorgen geteilt hat. In diesen Momenten verspürt Marisa oft eine tiefe Einsamkeit, obwohl Werner immer noch direkt neben ihr ist. Sie erkannte, dass es eines der schwierigsten Dinge ist, die man durchmachen muss, wenn man zusehen muss, wie jemand, den man liebt, an einer Krankheit leidet. Sie konnte nichts tun, um Werners Zustand zu ändern und dadurch fühlte sie sich hilfloser als je zuvor. In Marisa steckt jedoch immer eine unbestreitbare Widerstandskraft. Auch wenn sie manchmal schwach war und manchmal mitten in der Nacht weinte, weil der Schmerz so groß war, erinnerte sie sich immer daran, dass sie stärker sein musste, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Werner. Sie wusste, auch wenn ihr Mann es nicht sagte, dass er sie an seiner Seite brauchte, ihre Unterstützung und Liebe brauchte, um weiter gegen seine Krankheit zu kämpfen. In den Tagen nach Werners Diagnose begann Marisa, mehr über Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erfahren. Sie las alle Dokumente, lernte die Behandlungsmethoden kennen und lernte, wie sie ihren Mann am besten pflegen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist ja wirklich eine Wahnsinnsliste von Dingen, die ihr schon macht. Und ich habe gerade schon mal auf Mentimeter geschielt. Da rasseln die Fragen ein, das ist super. Denkt an den Daumen. Erstmal so für diesen Input. Applaus, ja? Dankeschön. Da war wirklich schon ganz viel drin. Ich will jetzt auch gar nicht viel Zeit verlieren. Nur eine kleine Frage, Gerhard. Das ist ja wirklich viel. Was war denn euer erster Schritt in Richtung Personalentwicklung? Wie gesagt, wir haben ja das große Glück, dass wir die Personalausschreibungen selbst durchführen können. Das ist natürlich Bestenauslese. Es können sich alle Kollegen bewerben. Aber wir haben die Möglichkeit, im Rahmen der Bestenauslese tatsächlich die Kollegen individuell einzustellen. Und das machen wir auch schon seit über zehn Jahren, sodass es wirklich von Vorteil ist, zu sehen, dieser Kollege passt auch zu den Zielen unserer Schule. Das ist so der eine Bereich. Der zweite Bereich ist wirklich auch zu schauen, bei den jungen Kollegen, bei den Referendaren. Da haben wir zwei Mentoren, die dabei sind. Das ist auch wieder eine Win-Win-Situation, weil die Kollegen natürlich von den Referendaren lernen und umgekehrt. Und wir haben uns 2013, als wir eingezogen sind, wirklich richtig viele Gedanken gemacht. Wir haben einen Neubau und einen Altbau, wie wir die Pädagogik gestalten wollen innerhalb der Schule. Also wie sollen die Räume gestaltet werden, damit da der Unterricht gemacht werden kann. Wir haben gesagt, wir wollen transparente Räume, wir wollen Offenheit, wir wollen Licht. Wir wollen nicht im Klassenraum sein, sondern die Schüler sollen nach draußen gehen können, in die offenen Lernbereiche. Wir haben uns da auch überlegt, wie soll die Verkabelung sein. Wir haben von Anfang an auch Beamer eingerichtet, auch schon im Altbau, den wir da vorbezogen haben. Das heißt, wir haben immer Schritt für Schritt die Sachen eingeführt. Wie haben wir angefangen? Das ist ein langer Prozess. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit. Corona ist jetzt über uns gekommen und wir müssen von heute auf morgen reagieren. Ich glaube, das kann man tatsächlich nicht, sondern wir müssen wirklich Schritt für Schritt in kleinen Schritten anfangen. Und wir haben eine Art von Ermöglichungskultur aufgebaut, dass Kollegen die Ideen haben, beispielsweise Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo man am Anfang gesagt hat, na ja, das ist ja ein bisschen schräg, als wir da vor 15 Jahren mit angefangen haben. Was gehört das in die buchspielenden Schule rein? Aber wir haben eben gesehen, dass solche Sachen dann erfolgreich sind, dass es auch Personalentwicklung ist, wenn die Kollegen Interesse haben an bestimmten Themengebieten, die zur Schule passen, die das dann auch umsetzen können, auch zum Wohl der Schülerinnen und Schüler. Ja, steht da im Mittelpunkt. Deswegen machen wir das. Ja, danke, danke. Ja, okay, du hast gesagt, ihr habt natürlich die Möglichkeit, die zukünftigen Kollegen und Kolleginnen auszusuchen. Und dann hast du gesagt, und dann habt ihr geguckt, ob die zu eurem Ziel passen. Das heißt, ihr hattet einfach auch ein Ziel. Ihr hattet eine Vision, ihr habt mit den Räumen angefangen. Und damit leite ich jetzt über Jenny zu dir. Wir haben von Gerhard eben auch gehört, es ist ein langer, langer Prozess, aber es ist wichtig, die ersten Schritte zu tun.